Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 4 So lange her? Mir fällt es schon fast nicht mehr ein Mit dabei ist der Sprout Hi Und wir sind auf der Map Operation Locker Triple Kill! Vierfach Kill! Ah, Vierfach Kill! Easy 6-0! Get on my level! Nein! Oh, da stehen richtig viele Leute Oh, da hat mich die Nate weggemacht Da stehen richtig viele Leute Also ich steck gerade 7-1 jetzt Ja, du bist ja auch gar nicht OP oder so Warum OP? Wie meinst du? Du hast schon gute Waffen Überhaupt nicht, das ist die Starterwaffe für ein Ding Okay, ja, ich hab Iron Sides auf, keine Ahnung, 1, 97 oder sowas Also ich hätte gerne schon ein normales Visier Ja gut, ein Visier habe ich mir jetzt erst der letzte drauf gebastelt Aber vorher habe ich auch ohne gespielt Finde ich bei dem jetzt eher nicht so wichtig Ach man, wechsel doch auf 1, nein! Er wechselt auf 3 und dann wieder auf 4 Willst du mich verhaken? Ah, fuck, da kommt er wieder hin Ah, fuck, da kommt er wieder hin 9-2 Ich will nicht mit dem, mit dem, ich meine, das geht auch mit dem Defi einen killen, aber Ja Also was ich hier auf der map auf jeden Fall empfehlen kann Ist die dicke, äh, wie heißt sie nochmal? Ich werde den Namen gar nicht hören Die Type 88 LMG heißt die, glaube ich Ja, also Headshot Ah, jetzt gehts los Die Einsights bei der war gar nicht so schlimm Woh Achso, der spielt Sniper Oh, das ist uncool Killhilfe Bäh Ja, vier Leute von außen Bist du noch bei E? Ja, ja, ich bin noch bei E Ich bin noch bei E Ach, da bist du, okay Okay, du bist tot Ja, ja Dieses rote Licht würde ich ja gerne zerschießen Boah Ich habe ihn noch gekriegt Okay, jetzt muss ich erstmal weg Ich habe keinen Haufen mehr Ah, der wollte dir in den Rücken schießen Hat gedacht, ich werde tot Und dann habe ich ihn nicht gekillt Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Delta Äh, ich bin gleich hinter dir Ja, jetzt bin ich da Was? Wir nehmen gerade hier Ding an Wer hat die Kontrolle über Einsatzziel Echo verloren? Ja, gerade wenn du von E weg gehst, verlieren wir E Äh, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit dem Äh, ich habe rechts so zwei Anzeigen Von wegen, äh Ping-Probleme oder sowas in der Art Obwohl ich 20 Pinger Äh Ja, ich habe aber auch irgendwas Ja, so ein Bildschirm mit einem Ausrufezeichen habe ich drin Bildschirm und was Aber das ist wahrscheinlich weil es 120 Hertz halt ist Das ist halt echt sick Ja Also wir spielen hier gerade auf einem 180 Hertz Server Äh, 180 120 Hertz So 120 Ja, 120, genau Und das ist halt echt, ähm Ausläuft eigentlich recht flüssig, finde ich Dafür, dass es 120 Hertz Also, klar, 120 Hertz muss ja eigentlich flüssiger laufen Noch einer rechts Auf, Granaten! Alles oben am Geschütz Ah, FZ hat's Kill, das ist doch gut Boah, ich bräuchte mal Health, hast Bist du Medic? Ja Ja, willst du mir vielleicht einen Health Medikit droppen? Ich bräuchte mal eins Ja, ich hab dir eins gegeben Achso, danke Danke, danke Hey, stell dir mal den Gang vor, wenn hier nur Explosionen sind die ganze Zeit Naja, klar Granate Noch mal eine Granate Nein Noch eine Noch eine Noch eine Aber dem Smog siehste gar nichts Da wollte einer grad ein bisschen pushen Da ist wieder einer oben am Geschütz Ah, FZ Ich musste nachladen mit meiner Waffe Leute, das hatte ich jetzt auch erst seit... Ah, wie ist denn der da hingekommen? Das ist uncool Die haben jetzt C irgendwie eingenommen Ja, haben sie... Ah, FZ E, E wird eingenommen, no Es wird alles gerade irgendwie weggerissen Der ist oben, oder? Na ja, hat er auf jeden Fall direkt zwei Granaten in die Fresse gekriegt Ich lauf mal außen rum Warte, ich bin gleich da Also hinter dir Oh Gut, dann mal los Da rechts ist gleich einer drin Ok, ist tot Da ist noch eine Oh, fuck Da schießen sie auf mich scharf Oh, von draußen, von hinten, von hinten, von hinten Bledi, ich bin tot Nice, danke Da rettet mich der Medic Na und ich bin wieder tot Direkt rechts neben dir Wieso konnte ich dich jetzt nicht nochmal? Weil du kannst nur einmal einressen Bitte? Du kannst ihn nur einmalressen Achso Da ist ein bisschen OP wahrscheinlich Ich hab Laser Sights gekriegt, na immerhin Für die 1,99, äh 97, so Also die ich hier gerade habe Boah, ich sehe gar nichts gerade jetzt Die sind hier hinten Oh mein Gott Bledig, dre dich um, die kommen von hier Von der anderen Seite Ah, mich hat einer weggeholt, hat noch einen OP Ah, von beiden Seiten Ach, verdammt Stand hinten einer noch Naja, komm vor Ach, die kommen wieder von E Achso, du bist da Wir haben gerade rechts das Ziel Delta neutralisiert Ein, das Ziel Echo der O-Band Ich lau' auch wieder ausmachen Wow, komm zum Battlepack Sonnig, Freund Nice Ich bin voll geblendet gerade Ich bin gleich da, was da hier geht Ja, mach mal oben Mach mal oben an der Wand Sonst stehen wir zu offen Bin hinter dir, hier Dankeschön So, dann können wir mal reingehen In die Party Rechts direkt, Anna In die Party, in die Party, geht ab Alter, ist einfach da durchgerannt Rechts immer noch einer Ah, durch den Gang durch Rechts, Richtung E unterwegs Ja, ich hab E, hab ich ein Oh Fuck, da stand noch einer in dem Ding-Raum drin Mit dem hab ich nicht gerechnet Ah, du hast mich getötet Hehehe Gerade wieder gekommen Erstmal einen wiederbeleben, der vor mir liegt Nice Wurde auch gerade wieder gerest Bin bei C Fuck, da holt er mich nochmal weg Ah, uncool Ja, Hilfe-Kill Ah, und noch einen weg Gut Doppeltheld besser Oh, 17,7 Ich werde immer... äh, 17,8 Ich werde immer schlafen Ach, komm schon! Was los? Wieso kriegt er das nicht auf der Reihe nach dem Health Kick Direkt die Waffe zu ziehen? Nein, er wechselt immer auf Defi Äh, äh Jetzt kommt er nur drauf an, was du als letzte Waffe hattest Darauf wechselt er Ja, aber ich drück doch eins Wenn ich eins drücke, dann will ich auch eins haben So, double kill Ach, mein Schatz darf ich gar nicht gucken Fuck, da stehen noch zwei, zwei Stück unten Die lustige Tomate hat mich getötet Eigentlich wollte ich ihn messern, aber dann war es zu dumm Dann war ich zu dumm dafür Nice, da ist der Rest wieder ready Letzte Sekunde Dankeschön Da war eigentlich schon nichts mehr auf dem Kreis Aufpassen, oben Boah, wie sie jetzt alle rausreiten, um den zu holen, ey Lass mal lieber hier, äh Look Granate? Ja Fuck, er hat mich getötet Ich lieg in dem Gang drin, hinten durch Ah, ich bin hochgejagt worden Ah, schade What the fuck? Boah, wie viele da gerade sterben, ey Hät er spielt einem... Ich hab dem aber auch eine Granate eigentlich reingeworfen Aber ich glaub, die hat irgendwie nichts gebracht Einer von uns ist noch da, der ist im Gefecht gerade Jetzt können wir spawnen Deiner hat nen taktischen Schild, geil Acht, Achtung, du 20, Acht, ja, läuft bei dir Granate! Boah Wir müssen raus, komm Kommt da auf einmal, einmal einer aus dem Gang gesprungen Hab den weg Okay, wir rushen gerade C Bist du da? Ich bin hinter dir Fuck, mich hat einer weg Ach du, noch einer Ja, mich direkt hinterher Ich wollte dich sofort Ja, ja, passt 22, 8 Ja, ich sag ja, du rockst 9 Du bist jetzt tot Achso, stimmt, ja Die wollen echt Delta einnehmen Von links, von links, von links Äh, von rechts, sorry Oh, danke für den hier Kam genau richtig Ganz hinten durch, hinter den Kisten war eben noch einer Ey, mich drauf Ja, ich hab ihn gerade gesehen Ja, der blaue hat den geholt, glaub ich Nice, es gibt Punkte Richtig viel Punkte Rechts Seite Autsch Ja Das gibt's nicht Da kommt noch einer um die Ecke gerannt Und der andere überlebt noch Nice Upgrade score lost Gegner eliminiert sogar noch Die kommen von unten hoch Ich sammle hier ein Ribbon nach dem anderen Ribbon Jagd Mit der Granate Oh, 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 oh Schüsse Ich seh halt, der Gart Oh, einer rushed Sollen wir mal versuchen außenrum vielleicht zu gehen? Sollen wir mal versuchen außenrum vielleicht zu gehen? Hinter dir Oh, fuck Renn rein, renn rein, renn rein Nice Da ist noch einer Ah, der hat mich gleich wieder Egal, renn rein, hol ihn Hol ihn, hol ihn, Achtung, da kommen zwei Stück noch Zwei Stück noch Bleib hinten am besten Warte, bis ich wieder gespawnt bin Weil sonst, das sind so viele Ja, meine Granate ist aufrutsch Nice, danke Auch du, Nate Ich kam hier nicht weg, fuck Noch eine Ne Ne, doch nicht Lern mich nochmal hoch Wie kann das denn sein, einer ist doch gerade durchgerusht von unseren Ich brauch nen Rest bitte Ja, der liegt direkt vorne Ach lol, echt? Ich seh da dringend gar nichts Ja, dann lass ich Liegt direkt an der Treppe Die spawnen dort gerade alle Ja, und ich bin tot Die wollen da richtig Cree holen Aber wir haben C eingenommen dafür Ne, haben wir nicht Hä, doch, C ist eingenommen Hä, das wird bei mir, wurde bei mir als rot einbezogen Gerade immer C ist rot Loll, ich wurde im Team geswitcht Ach echt jetzt Wann bin ich denn gerade Ich seh mich selber gar nicht mehr Ja, ich muss mal kurz in Deckung gehen Da, ich bin jetzt Ich bin russisch, und du? Ah, du bist, du bist Chinese Ach man, das ist doch doof Jetzt bin ich gegen dich, blödig Ja, natürlich Ja, natürlich Er springt mit seinem Kopf unter meinen Fadenkreuz und stirbt nicht Die Frage ist halt, kann ich jetzt noch irgendwie zu dir rüberchangen oder geht das nicht? Mh, nur wenn Zu kurz vor dem Ende der Runde, na gut okay Ja, nur wenn in unserem Team weniger wären, aber da wir gewinnen Ne, ne, es würde wahrscheinlich gehen, aber zu knapp vor Ende der Runde Kann auch sein Ja, ne, ich stand gerade dran Das weh Die Granate hat aufgeräumt geräumt ja drei leute mal ist jetzt zwei und ein hab ich so gefehlt das ist ja auch nicht wahr läuft auf jeden fall ja wie schuld um die ecke kommen in der hand nehme kommt einer um die ecke gerannt es ist zum kotzen jetzt ist natürlich die ich kann nirgendwo spawnen gerade nur ich muss bei c spawnen ja ich auch hä bist du jetzt auch wieder bei mir ja tatsache ich bin auch geswitcht worden warum bei den russen auch jetzt ja ich sehe dich ach doch da oben bist du da ist er war ich denke ich kurz in scott in sport er scheiße kann ich gerade nicht ich bin doch nicht in dem sport also warte ich habe ja ich kann aber gar nicht auch aus aber wie ging das noch mal punkte ständige voxelung so jetzt bin ich da 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 hinten dann wäre fast nur ein löser warum gehen denn die leute aus dem grünen fliege raus ja vielleicht wollen sie nicht gewinnen hey blödig hier fang ja hast noch gefahren 666 richtig teufelig ist es ein zeichen war aber doch eine coole runde jetzt gerade ja läuft jetzt guck ich also war das ein zeichen oder war es keins das seht ihr in der nächsten folge warte ich muss noch schnell meine stat gucken oh komm doch ich will das sehen 32 13 ich bin auch positiv gewonnen ja nice so also dann bis zum nächsten mal schaut auch beim scroll rein und bis dahin viel spaß tschau tschau bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal